was war denn das war ja industrie da waren wir ja gerade ich muss mir das alles aufschreiben hier war das nicht hier hier war das ist der busindustrie hier vielleicht wie viele leute hier muss ein parkplatz und dort eigentlich hier macht so ein ohr hier mit einer wäsche schwöne wässer spinne ist ja geil cool hier war das nicht mehr hier war hier sind wir jetzt naja hier aber ich glaube da kommt der sache näher kann das sein sorry wenn ich jetzt total bescheuert wo ist denn das abgeblieben wieso kann man das nicht rausfinden von wo diese häuser sind hier auch mal kann man hier auch hinsetzen das heißt leicht leicht angezogen oder wo sind denn jetzt diese häuser also das ist so das ist so ein bisschen ja keine ahnung so alles so ein bisschen ihr wisst bestimmt schon wo kann man das nicht rechts anklicken hier man muss doch hier rausfinden wie das hier kette hier oben nicht der name stehen können wie das ding heißt holz material 0 ja gut ok lassen wir den scheiß auf jeden Fall müsste das hier hinten dann auch noch mal gemacht werden das machen wir dann später oder hat man recht dann alleine später oder ich gucke ob ich das rausfinde wo das war so hier kommt eigentlich unser zirkus hin warte mal zirkus den hatte ich wieso findet er keinen zirkus was schreibe den verkehrt wer hat nicht mit ci geschrieben ich hatte doch hier irgendwo ach nee das sind ja hier hier ist zirkus und das ich habe gedacht ich kann den zirkus so einbauen hier dabei ist das hier was sind das military hier ist zirkus und mit auffahrt also hier ist eigentlich immer ein zirkus aber hier ist öfter mal ein zirkus ich mache das mal so rum so dann machen wir hier eine kleine straße wo war die jetzt hier ne naja was dann machen wir das so obwohl kommt jetzt theoretisch müsste jetzt hier noch ein riesenparkplatz hin aber wir schließen das erstmal hier an damit an die rummecket so apropos tanke hier kommt noch eine tanke hin das ist eine tankstelle na gut die ist jetzt ein bisschen sehr groß schilder brauche ich nicht also gar so die sind hier ungefähr da ist der kreisverkehr bauen wir die mal hier hin dann ist ja noch eine autowerkstatt und alles so was warte mal eigentlich ist hier das muss ich mal überlegen habe ich das richtig gebaut hier ist das haben wir auch sandwege hier oder haben wir nur diese wir haben keine sandwege ne unsichtbar hier sind die hecken hecken mit palmen sowas brauchen wir nicht ich würde mal sagen ich werde das ja das ist ja auch so eine komische spur hier aber das scheint kies zu sein ja ich werde das mal hier durchbauen so als kleiner fußweg sag ich mal ne ich werde es mal nicht anschließen ich werde es bloß so machen ja so sieht es gut aus und den werde ich dann auch ab hier geht das auch so rum naja das geht es natürlich nicht naja kacki ja machen wir das so 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 das hat jetzt hier ist das jetzt hecke mit mit irgendwas ja das ist natürlich quatsch ja dann nehmen wir die hier jetzt hat ein bombe gemacht tatsache kann auch nicht wahr sein wir machen das soll schneiden so so na so so also diese schmücken sage ich mal jetzt auf gut deutsch gesagt hier ey dann machen wir das so äh hallo ich will es trotzdem bauen wieso geht denn das nicht ah hier geht es naja ich sage mal jetzt schmücken ne das ist ja ach weißt du was dann mach ich mach ich das hier auch hin guck mal an selbst der die hecke brauchen und zugang zur straße guck mal so sieht er doch schon schick aus ok das gefällt mir jetzt hier nicht so ganz müsste was dann mache ich einfach eine zweite reihe daneben wir sind buschige so guck mal ja jetzt ja jetzt habe ich natürlich richtig scheiße gemacht hat sieht das mal bekloppt aus jetzt dann heißt das wieder weg hier ach komm wenn man es mal nicht übertreiben ist der wort da habe ich aber einen fetten baum hin so und so fällt gar nicht mehr auf super na guck mal wird hier die stadt auch langsam ich hoffe dass ich straße und hier irgendwann mal weiter ausbreitet noch hier tut sich komischerweise gar nichts eigentlich müsste ich hier wahrscheinlich auch noch mal eine stadt hinsetzen waren und stadtteil mache ich mache ich nicht mache ich mache ich nicht oder mal da ist franken da ist die stadt an sich straße und das grün rufe ich glaube ich werde das mal machen und zwar eigentlich müsste das hier hinten das müsste dann andershof heißen aber andershof ist noch ein bisschen weit weg warte mal andershof das art mcdov ja wie nennen wir das stadtteil denn eigentlich gehört auch noch zu franken eigentlich denn was ist hier ich frage mal was hier ist was ist hier das ist ja was ich baue hier einfach was hin stadt industrie eigentlich gar nichts kann man nicht gar nicht anklicken ich mache das mal nicht doch so haben wir einfach jetzt hier so hin aber nee dann baut er ja nicht die baut er denn ich hoffe dass er denn diese straße darüber baut hier weil er soll ja hier er soll ja hier ein bisschen zu bauen und da ein bisschen zu bauen weißt du warte ich einfach hier rein oder hier hier mitten rein hier hier ja guck mal das sieht ja schon ganz gut aus den kreisverkehr natürlich wieder leer so und dann heißt das natürlich nicht eschen rode sondern das heißt jetzt hier drüben genannt strahl sind wir nehmen wir dann machen wir franken 2 franken 2 ja wir machen franken 2 kommt scheiße aber den kreisverkehr machen natürlich leer weil das ist ja eine totale quatsch ich will hier im kreisverkehr keine häuser haben ja wie kann man diese straßen überhaupt ich mache jetzt alle privat so ich halt mal an wo war das hier war das hier ja hier war das einbahnstraße doppelte straße aber als einbahnstraße nee das ist es auch nicht hier die müsste das sein aber es ist nichts die sowieso er soll hier keine straße bauen und das ist mein eigentum heißt das ja eigentlich da ist natürlich das hier war das heißt das hier spiel limit 50 ist ja klar ist not genau er soll nichts bauen so eine weg einmal gespannt aber das macht manchmal habe ich das gefühl er baut er macht es einfach wieder weg so wie er lustig ist und baut und trotzdem wieder ein haus hin ich hätte mir versuchen hier ein bisschen kann ich hier nicht diese sage ich doch guck er baut sich wie ein haus hin was soll der scheiß soll in der mist ich kriege hier ein zu viel ganz ehrlich ich da habe ich da hinten in grünen wo auch schon gemacht der baut hier immer stecken häuser in der arsch so muss ich noch mal gucken kann ich hier war das jetzt auf englisch und auf deutsch fehlt ja hier und dann mache ich das mal als korn über das wissen aber hier so als korn weiß denn haben mich ein bisschen rasen sieht das so ein bisschen rasen mäßig aus 100 100 140 140 das ist so groß guck mal das sieht doch gut aus wie war das jetzt noch mal mit trotzdem bauen guck mal da bin ich gerade hingesetzt ach man ist es wieder weg doch ein bisschen großen so guck mal das sieht doch gut aus ja schön sieht er doch ach so wenn man jetzt guckt sie das natürlich richtig korn mäßig aus ist egal kommt aber ich hatte ja noch was blumen mäßiges hier gesehen und zwar beim malen nee ja doch hier was ist das jetzt das ist ja fast noch viel besser aus aber dann habe ich hier ja dann baut aber hier wieder was hin da baut er da schon wieder was hin der kann ja nicht einfach was aus feld bauen noch mal spinnt der ein bisschen oder weil hier ein bürger steig ist vielleicht deswegen sollte ich vielleicht straßen nehmen die kein bürger stecher warte ich probiere das einfach aus jetzt ich werde jetzt zwei bahn nehmen ist das tier 2 ich habe mal zwei bahn nehmen ohne bürger steig vielleicht haut das denn hin aber als einwand straße gibt gar nicht doch es gibt muss einwand eine straße ach das doch scheiße ich will zwei bahn haben zwei bahn als einbahnstraße aber ohne dass die bauen dürfen oder ich muss hier statt hier die nehmen wo waren das jetzt hier die hier oder ich muss die nehmen aber dann haben die hier dann heißen die hier lang ich baue das einfach mal sehen was passiert jetzt dürfen die hier theoretisch auch nicht fahren oder also bauen weil das ist ja letztendlich jetzt eine autobahn und keine keine stadtstraße mehr sozusagen eine mittlere autobahn mit geschwindigkeitsbegrenzung von 80 ja gut dann fahren sie in der stadt halt 50 und im kreisverkehr von 80 ja sondern wirklich massage und ist das hier was ich dachte da war ein bisschen guck mal und dann kann er kommen ja er baut hier schön durch das ist geil dann baut er hier vielleicht irgendwann weiter dann macht er das hier irgendwann zu und ich hoffe ja ich guck mal ja da auch schon straßen gebaut geil kann man kann ich die straße schon mal wieder anschließen hier an und ich würde sagen bevor es hier anfängt mit stau habe ich hier noch muss heute stellen rein gebäude hier bus dann brauche ich meinen großen busbahnhof noch hin da kann ich nämlich auch mal der bus von bergen nach und so fahren sondern mache ich hier einen dann mache ich hier einen hin das blöde ist bloß da geht es jetzt so wert ja doch warte mal könnt ihr denn hier rüber an die daten kommt ja nicht wieder runter ach kacke das war jetzt blöde was ich gemacht habe ich mache anders ich brauche noch eine straße hin hier wieder zurück weil ich will nicht dass der bus auf straße dreht ich finde das wenn das ich finde das so scheiße das sieht immer so hässlich ist auch wenn es jetzt wahrscheinlich einfacher ist aber sowas habe ich da ein bus haltestelle und dann lasse ich ihn nämlich hier fahren dann lasse ich ihn hier anhalten und dann muss er jetzt hätten rumfahren so dann fährt er hier wieder zurück dann kann er ruhig hier drüben wieder anhalten ne warte mal wo haben wir hier einen bus ich glaube hier ist eine bus haltestelle echt egal machen wir hier und dann kann er nämlich einmal hier rumfahren ja ich weiß nicht steigten die wollen gar nicht hier vielleicht mal die straßen werden auch hell eigentlich müssten doch hier auch auf welche einsteigen oder weil letztendlich sind das ja häuser die angeschlossen sind nach ich werde einfach einen hinsetzen ich werde sehen was passiert so und dann kann er warum jetzt angefangen mit der bus haltestellen hier drüben da könnt ihr hier wieder zurück ja das machen wir so so dann lassen wir ihn fahren von franken zu franken 2 so neue bus linie und die bus linie nennen wir bus nehmen wir mal hst wie haben wir das vor der mir das oben genannt war einfach nur bus bahnhof franken ok wenn wir einfach plus franken franken 2 so wo haben wir den bus 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 da fragen zwei hinzufügen guck mal wenn der bus von dahinten kommt kann er hier vorne gleich anfangen nee der geht verkehrt in dem wir den als erstes weil wir uns das richtig sehen können nehmen wir das mal im dunkelblau ja so dann kann er hier anhalten